Silbereisen, werde Helene Tertur immer mit Stolz tragen. Schlagerstar Florian Silbereisen will das große Tertur mit dem Gesicht seiner Ex-Freundin Helene Fischer, 34, auf dem Oberarm trotz der Trennung behalten. Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tertur nur im geringsten zu entfernen, sagte er am Samstagabend in Berlin. Wir beide hatten 10 Wahnsinnsjahre, und das ist immer Teil meines Lebens. Silbereisen, 37, und Fischer hatten am Samstagabend bei der ARD-Show Schlager Champions, das große Fest der Besten ihren ersten gemeinsamen Auftritt seit Bekanntwerden der Trennung. Er werde das Tattoo immer mit Stolz tragen, sagte Silbereisen neben der sichtlich gerührten Fischer, so trage er als Schlager für ihn die allerbeste auf dem Arm.